Ganz kurz, bevor es um Cardano geht. Zu meinem gestrigen Video bezüglich des Amazon-Gerüchts. Amazon hat nun ein offizielles Statement gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters abgegeben, in dem das Unternehmen folgendes sagte. Ungeachtet unseres Interesses an diesem Bereich sind die Spekulationen, die um unsere spezifischen Pläne für Kryptowährungen entstanden sind, nicht wahr. Damit ist es nun offiziell. So, jetzt geht es aber um Cardano. Heute schauen wir uns an, ob Cardano zu einer Mainstream-Kryptowährung werden kann und ob man als langfristiger Kryptoinvestor ADA auf jeden Fall halten sollte. Was sagen die Experten dazu? Wie immer in drei Minuten und ich würde sagen, let's go! Ich bin kein Finanzberater. Bitte führt immer eure eigene Recherche durch, bevor ihr in etwas investiert. Investoren, die Cardano schon seit längerer Zeit halten, haben im ersten Halbjahr dieses Jahres großartige Renditen erzielt. Trotz des starken Ausverkaufs der meisten digitalen Vermögenswerte ist ADA trotzdem seit Jahresbeginn fast 700% gestiegen. Anders ausgedrückt, 1000 US-Dollar, die am 1. Januar in ADA investiert wurden, wären jetzt trotzdem fast 7000 US-Dollar wert. Angesichts der bereits so hohen Renditen von Cardano könnte sich der ein oder andere aber nun fragen, ob dieser Aufschwung von ADA überhaupt anhalten kann. Es ist klar, dass vor allem der Altcoin-Bereich sehr volatil ist und dass man im Bereich Krypto allgemein nie vorhersagen kann, was kurzfristig passieren wird. Nichtsdestotrotz kann man einen langfristigen Aufwärtstrend beziehungsweise wie eine Kryptowährung auf lange Sicht performen wird, schon eher vorhersagen. Die Portfolio-Managerin beim amerikanischen Investment Research-Riesen Morningstar, Amy Arnott zum Beispiel, erklärte in einer Prognose, dass sie Cardano neben Bitcoin und Ethereum als dritte Mainstream-Kryptowährung sieht. Gleichzeitig sagte ein Analyst von MSN Money, dass Cardano der zu haltende Vermögenswert sei. Aber wieso sehen viele so ein großes Zukunftspotenzial in Cardano? In den letzten 10 Jahren hing die Bewertung von Bitcoin, der Nummer 1 der digitalen Assets, hauptsächlich von den Faktoren Vertrauen, Akzeptanz und natürlich auch Spekulation ab. Die meisten Kryptoanalysten betrachten Bitcoin als die erste Generation von Kryptowährungen. Blockchain, die zugrunde liegende Technologie vieler Kryptowährungen, hat jedoch noch mehr Anwendungen außerhalb digitaler Assets. Somit konzentriert sich die zweite Generation auf die Blockchain-Distributed-Ledger-Technologie, DLT. Mit der Fähigkeit, Informationen sicher aufzuzeichnen und zu übertragen, kann Blockchain in vielen Branchen eingesetzt werden. Die Anwendungen erstrecken sich beispielsweise auf grenzüberschreitende Zahlungen, wie bei Ripple zum Beispiel, Supply Chain Management, ein gutes Beispiel wäre VeChain, das Gesundheitswesen oder auf Cloud-Speicher wie Filecoin zum Beispiel. Schließlich konzentriert sich die dritte Generation von Krypto- und Blockchain-Plattformen nun auf die Skalierbarkeit und Interoperabilität. Bei der Skalierung geht es einfach darum, eine große Anzahl von Transaktionen möglich zu machen, ein Aspekt, in dem Bitcoin zum Beispiel als sehr schwach angesehen wird. Interoperabilität bezieht sich auf Blockchain-Netzwerke, die miteinander kommunizieren können, damit sie Informationen untereinander austauschen können. Forscher weisen darauf hin, dass der Einsatz der Blockchain-Technologie in verschiedenen Branchen nur durch Interoperabilität sein volles Potenzial entfalten kann. Und Cardano ist eine Plattform der dritten Generation. Das Protokoll bietet ähnlich wie Ethereum unzählige technologische Anwendungen. Das Cardano-Netzwerk soll nun auch vor allem bei der Erstellung dezentraler Anwendungen, also D-Apps und beim Aufbau von Smart Contracts führend sein. Beides Ziele, die durch das Alonso-Upgrade jetzt möglich gemacht werden. Außerdem ist die Cardano-Blockchain, die auf Proof-of-Stake basiert, bereits um ein vielfaches Energie effizienter als andere Top-Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin oder Ethereum, die immer noch Proof-of-Work verwenden. Neben der Technologie und dem Fakt, dass ADA bereits eine der Top-5-Kryptowährungen ist, ist aber der Hauptgrund dafür, dass Cardano auch in 5 oder 10 Jahren noch ganz oben dabei sein wird, das Entwicklerteam. Die Cardano Foundation hat ein unglaublich starkes Team aus Top-Entwicklern, die hart daran arbeiten, dass Cardano immer weiter verbessert und angepasst wird. Außerdem werden täglich neue Entwickler in dem eigenen Plutus-Pionier-Programm geschult, wodurch das Team auch immer weiter wächst. Es steht also weder die Technologie noch die Entwicklungsbemühungen im Weg, dass ADA irgendwann zu einer Mainstream-Kryptowährung zählen wird. Cardano ist auf jeden Fall ein Hauptbestandteil meines Kryptoportfolios und ich bin für ADA sehr, sehr bullish. So, das war's aber vom heutigen Video. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank.